Portwood von Laphroaig? Hieß das Ding nicht mal Brodier? Ja, irgendwas war da. Jetzt kein Brodier mehr, nur noch Portwood und wir schauen uns an. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ich hatte den Brodier nur mal in einem Vergleichsvideo, ich glaube zusammen mit der Thaliska Port-Abfüllung und ja, die hatten das damals so schön auf ihren Flaschen geschrieben, Batch 001. Da bin ich jetzt echt von ausgegangen, dass sie wenigstens bis 999 kommen, aber nein, sehr wahrscheinlich hat irgendein Marketing-Fuzzi gesagt, Brodier, alles zu kompliziert, wir müssen das Ding einfacher nennen, denn die Brodierabfüllung und auch diese hier sind angeblich exklusiv natürlich für den Reisebedarf. Ja, erstaunlich, wie viele Flaschen dann doch immer in den normalen Handel kommen. Und erstaunlich ist dann auch immer der Preis. Jetzt November 2021 ab 104 Euro. Wofür? Ich weiß nicht, ich meine, wir haben ja ein Finish ohne Altersangabe stehen. Klar, wenn man das als diese Reisebedarfsgeschichte macht, dann kann man es immer noch verkaufen. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht für euch bestimmt und deshalb geht es über Umwege und muss teurer sein. Aber nee, den, sag ich mal, die Geschichte fresse ich nicht mehr. Das ist doch nicht normal. Es gab bei Lafroik den Tribblewood. Drei verschiedene Fassarten. Den gab es immer für 40 Euro. Jetzt läuft er aus. Gab es ja dann mal kurz diesen 10-jährigen Sherry Finish hatte ich ja auch dieses Jahr. Konnte in etwa das Gleiche wie der Tribblewood, war aber dann auch so übertrieben gesagt doppelt so teuer. Und sie drehen da massivst an der Preisschraube. Also ich meine, für eine Flasche, die ab 104 Euro zu haben ist, da muss, also eine 10 oder eine 12 wäre schon eine Frechheit. Entschuldigung, ich gehe so ein bisschen gerade außer meiner Haut. Da müsste eine 15 oder eine 18 wenigstens draufstehen. Fast Stärke. Ich meine, die 48 Volumenprozente schön und gut für Lafroik. Aber das, ja. Wenn ihr jetzt denkt, ich habe mir die Flasche nur zum Meckern gekauft. Vielleicht. Nein, ich möchte sie mal wieder probieren. Möchte mal gucken. Gar nicht so sehr. Den Brodier habe ich nicht mehr sehr in Erinnerung von den Details. Ich fand ihn damals super. Das kann ich nur sagen. Ich fand ihn super für das, was er ist. Ein Lafroik, der nochmal eins mit dem Portwood fast rübergekriegt hat. Aber ich meine, das hielt sich alles im Rahmen. Bin ich mal gespannt, wie sie es heute interpretieren. Was habe ich noch stehen? First Fill Ex Bourbon. Europäische Eiche Ex Portwood Barrique. So geben sie es an auf der Internetseite und hier auf der Flasche. Der Brodier erschien damals 2014 das erste Mal. Ihn gibt es, meine ich, jetzt seit 2019. Ja, das waren die wichtigsten Infos. Er wird gefärbt sein, deshalb blende ich euch keine Farbe ein. Die Flasche habe ich ja schon rausgeholt. Wenn ich nur eine habe, mache ich das ja immer, sonst sieht es hier so ein bisschen nackig aus. Ja, wir können anfangen. Ich weiß nicht, warum Lafroik, wie gesagt, keine Standard-Port-Sache so im Programm hat. Aber sehr wahrscheinlich, wie ich ja vermute, damit sie aus dem Reisebedarf das immer noch rüberdrücken können in den anderen Markt und immer dann mit der Karte. Es ist ja exklusiv, also zahlt er mal schön mehr. So. Das ist ja das Gemeine daran. Es funktioniert, ne? Ich hatte vor einigen Stunden eine andere Portwood-Sache, die hat überhaupt nicht funktioniert. War auch was vom Festland, was ganz anderes. Aber hier vereinigt sich schön dieser Lafroik-Rauch, der gar nicht mal so stark in die Nase kommt, mit den traubigen Portwein-Noten. Ein bisschen süß, ein bisschen sauer, ein bisschen Rauch. Und ja, was heißt ein bisschen Rauch? Diese phenolische Note ist gar nicht so stark und kombiniert oder geht ganz schön in den Kontakt über zum Portweinfass. Den anderen, den ich vor zwei, drei Stunden hatte, war stärker. Aber er hier hat eine, oder was ich damit sagen will, ich glaube jetzt nicht, dass es an den 48 Volumenprozenten liegt. Er hat eine leicht frische maritime Note. Und wenn ich sie mir nur einbilde, aber das passt gut. Hin und raus kommt so ein bisschen magere Vanille. Die könnte ein bisschen stärker sein, so als Gegengewicht. Sie schreiben ja drauf, erst befüllte Ex-Bourbon-Fässer. Also dann bitte nächstes Mal nicht so mit dem Port so reinknallen. Aber vielleicht müssen sie das machen, um den Rauch zu bändigen. Obwohl das beim LaFroi-Quatsch ist. Was will ich den Rauch bändigen? Ja, nach hinten raus. Bisschen Larifari. Aber diese Frucht-Rauch-Kombination am Anfang bis zur Mitte, das ist schön. Wir nehmen ihn. Bisschen Speichelfluss. Der ist ja fast schon zu handzahm. Und die Frucht und das Holz geben den Ton an. Die Port-Fruchtnote. Ich denke an rote Beeren mit einem säuerlichen Touch, aber nur einen leichten. Ich denke an Orangen. Durch das europäische Holz, was danach reinkommt, geht es dann mehr in Orangenschale rüber, geht es mehr in Schokolade rüber, geht es dann auf einmal in so eine leichte, wässrige Note rüber, weil dann in einem kurzen Moment nichts kommt. Kein Rauch, kein nichts. Da ist irgendwie der ganze LaFroi zu sehr gefangen vom schweren Portweinfask. So kommt es mir vor. Also das kann ich, kenne ich wenig, wesentlich besser. Gerade von einem jungen LaFroi. Es steht kein Alter drauf, aber das weiß ich, wie alt er ist. Aber wir reden hier über keinen Asbach-Uralten Malt. Die Holznote mit dem europäischen Holz, die macht sich bemerkbar. Und das in einer Art, das wird heute verlangt, glaube ich, vom Markt. Die wollen das reinbringen und das machen sie hier ganz schön. Es ist nicht so übertrieben, es ist nicht unausgeglichen, sondern es ist gleichmäßig. Es ist so eine schöne europäische Holznote, schön mit Schokoladen-Assoziationen hatte ich sie jetzt ja. Das funktioniert. Aber dazwischen waren so ein paar tote Momente. Er ist ein bisschen spritziger, finde ich, als dieses Sherry-Finish, dieses 10-Jährige. Das, fand ich, lag noch so ein bisschen schwerer im Glas. Auch von der Fruchtnote bin ich hier, doch wie gesagt, mit meinen leichten Beeren und dieser Orangennote doch einen ganzen Tick frischer und heller. Nur dann kommt nicht dieses spritzige mehr. Wie gesagt, dieser Moment nach hinten raus, würde ich vom Lafroic, von einem, der vielleicht nicht so viel fast mitbekommen hat, eben noch ein paar schöne maritime Noten erwarten. Die gehen hier unter. Wer die findet, meine Hochachtung, ich kriege es leider gerade nicht hin. Dann hatte ich sie vorher am Anfang eher in der Nase. Es ist nach hinten raus. Ist was, habe ich eben schon dran gedacht. Soll ich sagen, klischeehaft, so was leicht salziges. Aber da kommt jetzt nicht irgendwie so der Seetang durch oder so. Ich glaube, irgendwo hatte ich das gelesen, weil ich hatte mich zu der Pulle ein bisschen auf der Lafroic-Seite belesen. Da stand auch so vor, dass er nach Seetang schmeckt und so. Aber das kriegen in meinen Augen diese schwer aufgeladenen Abfüllungen gar nicht hin. Dafür brauche ich ein leichtes Fass. Eben wie beim Lager Wullen zwölf Jahre, die extra draufschreiben, Refill, oder sage ich mal einen klassischen Zehner-Lafroic-Fassstärke. Die haben noch genug Platz, sind nicht so schwer und voll beladen und können dann noch diese zarteren maritimen Noten in meinen Augen viel besser transportieren. Auf jeden Fall für mein Geschmacksempfinden. Vielleicht ist es auch einfach unterirdisch. Möchte ich gar nicht abstreiten. Aber wenn hier das schwere Holz reinknallt, die schwere Frucht, das schwere Holz, dann machen meine Knospen dann zu. Also ich habe hier ja schon Probleme mittlerweile, diesen Rauch, was beim Lafroic ja nicht so schwer ist, gescheit irgendwie noch wahrzunehmen. Ich meine, das vereint sich ganz schön, das kann man ja auch positiv auslegen, aber für die maritime Note gibt es für mich hier, äh, ja, gibt es für meine, für mein Geschmacksempfinden einfach keinen Platz. Diese europäische Holznote setzt da einfach so einen hohen Peak und dahinter müsste jetzt so eine leichte maritime Seebrise durchkommen. Das geht nicht. Auf jeden Fall sehr wahrscheinlich für Orthonormalverbraucher. Ja, der Rauch ist noch da, wenn ich jetzt tiefer einatme, der klassische fenolische Lafroic-Rauch. Denke ich mal gut zu erkennen, auch im Blind-Tasting, dass man wenigstens sagt, er ist fenolisch, nicht, dass man Lafroic sagt. Denn dann wird es wirklich schwer. Generell, ich hatte ja zuletzt den Finn-Leggen-Port mit 46 Volumenprozente, bietet er hier ein viel breiteres Port-Spektrum. Auf jeden Fall. Möchte ich ihm gar nicht abstreiten. Aber die Finn-Leggen-Abfüllung, keine, ich weiß nicht, was die kostet, aber keine 104 Euro und noch nicht mal die Hälfte. Also, diese, diese 104 Euro, die sind für mich total unverständlich und für mich gar kein Argument mehr, so eine Abfüllung in meine Hausbar zu nehmen. Denn dann würde ich mir dann doch lieber einfach die 10er Fassstärke hinstellen oder eben vom großen, bösen Internethändler, den 16-Jährigen. Was anderes mit Altersabfüllung gibt es ja zurzeit, mit Altersangabe an Abfüllung gibt es zurzeit ja nicht so wirklich. Quartercast. Also, ich bin zurzeit so ein bisschen mehr auf dem Rückzug gerade, was Eilermolz angeht von den ganzen Fassexperimenten. Denn sie versperren einem oder mir persönlich einfach die Sicht auf das, was Eiler ausmacht. Also, dann kann ich auch irgendwie was vom Festland nehmen, übertrieben gesagt. Bei Kill Homen probiere ich mich ja immer gerne wieder durch, die Pro und Kontras. Die haben schöne Fassexperimente, aber wenn man einmal sozusagen auf diesem Eiler-Charakter sich irgendwo ja da drin verliebt hat, ist es irgendwie immer so eine Art Ablenkung oder Verdeckung, wo man denkt, Mensch, mach das doch mal ein bisschen dezenter. Und dann, wenn man, so ein Lafroig, zwölf Jahre, die Sonderedition, ich habe sie ja da oben auch stehen, kostet gleich mittlerweile 130 Euro oder so. Preislich auch total abgehoben. Aber bevor ich jetzt 104 Euro hierfür ausgebe, dann würde ich mir, glaube ich, eher gucken, ob ich noch einen alten Lafroig, da gibt es ja, Entschuldigung, Lagerwullen aus den letzten Jahren, kriege aus den Refillfässern mit zwölf Jahren und dann habe ich auch immer noch eine Fassstärke und dann habe ich genug Raum für den Eilercharakter, wenn man ihn überhaupt will. Und da muss man eben unterscheiden und deshalb gibt es eben Leute, die das eine lieber mögen und das andere. Und keiner von beiden ist irgendwo im Recht oder im Unrecht. Da habe ich mich jetzt gut rausgeredet, was? Okay, ich glaube, ihr habt mich verstanden. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.